Oh, die ist ohne Walsch. Also, die ist jetzt ein bisschen zu wünschen übrig. Es heißt WG. Ich bin da, ich bin da. Diese WG ist ein Zwei-Mann-Betrieb. Ihr wisst doch hoffentlich, wir haben euch lieb. Wenn es diese Wohnung hier nicht gäbe, würde etwas in Rostov fehlen. Dieses knuppige, für Kerle recht gut eingerichtetes Apartment ist perfekt möbeliert, egal für welchen Moment. Die zwei Typen, die hier wohnen, werden niemals ihre Nachbarn schonen. Das weiß jeder hier in diesem Raum. Die ganze Eichendorff-Anlage wird schon staunen. Hier wird nirgendwo anders... Ne. Hier und nirgendwo anders geht so die Party ab, als hier in der Hausnummer 8. Es ist ganz egal, wie komisch sich der Markus auch verhält. Ihr seid und bleibt die einfach beste WG der uns. Oh, oh. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau.